Högl fordert Bürgerrat für Wehrpflicht. EU-Aufrüstung mit Atombombe? Bali sieht US-Schutz in Gefahr. Und Scholz pocht auf NATO-Versprechen. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 13. Februar. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, fordert einen Bürgerrat, um die Einführung eines allgemeinen Dienstes in Bundeswehr- und Zivilorganisationen zu erörtern. Das Thema gehört in den Bundestag und in die Mitte unserer Gesellschaft. Ein Bürgerrat verbindet beides vortrefflich, schreibt die SPD-Politikerin in einem Beitrag für Table Media. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Bali, bezweifelt, dass Europa durch den US-Atomschirm geschützt ist. Angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr, sagte Bali dem Tagesspiegel. Auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, antwortete die SPD-Politikerin, auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach den Aussagen des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump zum Beistand in der NATO die gemeinsame Verteidigung im Bündnis bekräftigt. Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen. Einer für alle, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit dem neuen, proeuropäischen Regierungschef Polens, Donald Tusk. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sich besorgt über die Debattenkultur im Internet geäußert. Wir müssen derzeit erleben, dass im Netz immer weniger Demokratie stattfindet, sagte Paus im ARD-Morgenmagazin. Deshalb müsse das Internet nun ein Stück weit zurückerobert werden. Die Senatoren für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey, hat dem Senat in seiner Sitzung am 13. Februar 2024 den Bericht 2023 zur Umsetzung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zur Kenntnis vorgelegt. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Hanag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir heute Bilanz ziehen können über ein sehr erfolgreiches GRW-Jahr 2023 und auch gleichzeitig Ausblick geben können für das kommende Jahr. Man kann das Ganze unterschreiben oder überschreiben, besser gesagt, mit den Worten, der Senat liefert. Wir können Ihnen heute die Mitteilung machen, dass das letzte Jahr 2023 in der GRW-Umsetzung das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der GRW-Umsetzung im Land Berlin ist. Seit Einführung 1991 haben wir nicht Mittel in dieser großen Ordnung umgesetzt. Es sind insgesamt 251,2 Millionen Euro nach Berlin geflossen in 286 Projekte. Wie das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung mitteilt, sind die Schnittblumen um 3% teurer als im Jahresdurchschnitt. Gegenüber dem Jahr 2022 haben sich die Preise für Schnittblumen 2023 um 9,1% erhöht. Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach drei bislang unbekannten Männern, die am 30. Juni 2023 gegen 4.30 Uhr auf dem U-Bahnhof Gesundbrunnen einen 32-jährigen Mann homophob beleidigten und diesen dann körperlich zu dritt angriffen. Als der Mann wegrannte, stürzte er zu Boden, das Trio verfolgte ihn und trat mehrfach auf diesen ein. Im Anschluss entwendeten sie die mitgeführte Tasche des Verletzten. Personenbeschreibung Männlich gelesen Circa 17 Jahre alt Circa 170 bis 175 Zentimeter Normale Statur Dunkle Haare Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen Wer kann Angaben zur Identität und oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen machen? Wer hat die Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Bayernring per Telefon oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. Eine unbekannte Frau hat am Montagabend versucht, ein Polizeiauto vor dem Brandenburger Tor anzuzünden. Wachschützer haben bemerkt, wie die Frau Flüssigkeit aus einer Flasche gegen den Wagen gespritzt und entzündet hat, teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die Flammen sind demnach schnell gelöscht worden. Es ist laut Polizei ein Sachschaden am Auto entstanden. Die Frau konnte indes unerkannt in Richtung des U-Bahnhofs Brandenburger Tor flüchten. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel bedeckt bei einer Tiefstemperatur von 2 Grad. Am Mittwoch ist mit Regen zu rechnen bei einer Höchsttemperatur von 8 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Musik Untertitelung des ZDF, 2020